Musik Ah Schatz Also gesagt, es gibt aber kein Klee In der Miningwelt finde ich wieder keinen Ja, ich hab noch nie in der Meinenwelt Clay gefunden und immer alle... Doch, auch in den ganzen Seen und sowas, die es da gibt. Da gibt es wirklich... Ja, aber da ist jetzt nichts mehr. Die müsste mal wieder resettet werden. Da ist jetzt nichts mehr. Nichts mehr? Ich hab gerade letztens auch noch was gefunden, aber jetzt ist es ein Team. Ähm... Und du sagst Bang, 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 Bang-Ali-Bang, wir sagen Bang. Bang, Bang, Bang-Ali-Bang, Ba-Ba-Ba-Ba-Bang-Bang. Mann, das ist cool. Dann regst du dich wahrscheinlich schon wieder auf. Ich hab nicht mal was gesagt. Ah... Hier für ein Luftschiff. Wie sieht das denn aus? Was denn? Wenn man bei der Sandform, ähm, beim Waypoint rechts nach oben sieht, also wenn man wieder zum Waypoint geht? Ich weiß, ich... Da bin ich schon mal ein bisschen herumgelaufen. Das sind alles so... Das... Das sind mit das Gelände. Gebäude, die fliegen. Da ist eine Lokomotive und alles mögliche. Toll, dieses Schild ist gesichert. Und das ist genau auf meiner Linie, wo ich bauen möchte. Ja, schaut selber im Chat, liebe Zuschauer. Kevin und Flo, mein Bruder muss mir wieder auf den Sack gehen. Betonen, wie beim Gedicht, Kevin. Betonen. Gammler, Sex für Sex schreibt. Kevin und Flo, mein Bruder muss mir wieder einmal auf den Sack gehen. Trauriger Smiley. Äh, Anführungszeichen. Ende der Nacht. Ende der Nacht. Trauriger Smiley ist ein abgefuckter Smiley. Äh, genervter. Abgefuckter Smiley. Die Jugendsprache von heute wieder mal. Kevin, der 20-Jährige. Der Opa. Ist so. Der 20-Jährige, der Opa. Oh, Kevin, du bist schon halt schon mit 20 Opa, also lass mich. Ist so. Fleißig gewesen. Oder was? Zwölf, oder was? Ja, was glaubst denn du? Man, jetzt hab ich mit Spout irgendwie wieder ewige Lags. Wie bereits gestern versprochen, haben wir heute endlich ein paar Details für euch. Viele Ideen und Informationsbrocken sind in den vergangenen Wochen durchs Forum gegeistert und deshalb wollen wir nun endlich mal ein offizielles Statement dazu abgeben. Ja. Wozu? Ja. Flo, weißt du überhaupt, an was Cube gerade arbeitet? An einem neuen Spon. Warum? Ja, warte, ich muss mal kurz bauten und starten. Ich hoffe, dann geht es ein bisschen besser. So, und damit herzlich willkommen zurück. Immer, wenn ich anfangen muss, wer was dazwischen sagen. Ach. So, Flo, an was baut Cube? Und? Oh, Mann, bist du under-informiert. Ja, und was ist es? Woran denn? Genau. Grundsätzlich arbeiten wir derzeit an den folgenden Baustellen. Dem Spawn, der Wirtschaft, einer Creative Map und den Community-Projekten, sowie ihren Levels. Super, Flo, du hast ein Angebot. Was bezahlst du pro Steck? Ja. Wenn du willst, kannst du einen Kredit da auch aufnehmen, ne? Bei wen soll ich einen Kredit aufnehmen? Bei der Adrenalin-Gaming-TV, GmbH-Bank, Bavac. Was zahlt man so für ein Steck-Ziegel? Leider habe ich keine Ahnung. Ich kenne mich mit der Wirtschaft am Cube nicht aus. Ich kenne nur gerade so einen Grundpreis für einen Diamant. Aber eigentlich nicht. Ich sage einfach mal 15 Kudos. Für einen Steck? Ja. What the fuck? Wenig, viel? Keine Ahnung. Der fragt schon. Ja, pro Steck oder? Ja, pro Steck meinst du, ja? Ja, reden wir jetzt von... Er redet von einem Steck. Nein, was meinst du denn? Viel, wenig? Ich hätte gesagt, sauerwenig. Einen Steck hättest du früher im Warenhaus um ein paar hundert Kubus. Ich rede ja von Clay, nicht von... ...Ziegelstellen. Ja, so viele Unterschiede sind in diesem Stadion. Zum 10 Kubus ist relativ viel, ne? Find ich nicht. Jetzt fühle ich mich gerade seitdem, weil keiner mit mir spricht. Ich hab gerade mit dir geredet. Magda hat keiner reden. Ja, für mich brennt sie mir ja auch noch. Und dann bekommst du von Ibex ein paar. Preis. Haben wir noch nicht gesagt, aber ist noch eine meine. Oh, jetzt kann ich jetzt wieder ein bisschen Glas brennen und im Keller anfangen. Tutu Tien. Seit wann ist Ketze wie Kekse? Wollt kein Echt mehr? Sie hat sich freiwillig abgemeldet. So, kein Mails mehr oder nicht? Soll ich mal vorlesen? Ja, mach. Würde mich interessieren. Warum spielst du nicht ingame? Einfach. Äh, Tim, was machst du hier? Bauen. Hier ist der... Na, du bist so nub, das kannst du gleich wieder abweisen. Zitat, Sammy Keks Able. Aus privaten Gründen... Warte, lass mich mal kurz Tim belehren. Hier ist der Innenhof. Da oben sollst du bauen. Ja, du Bob. Bin ganz frohs Meinung. Da oben, nicht da unten. Ich wiederhole mich. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Ich will auch hier oben bauen. Wieso, wo baut Tim? Tim baut sich hier oben bauen. Ade. Ja, wenn er rumläuft, dann sagt er unten den Berg runter und so. Kannst du auch noch bauen. Das ist eh Ruf. Dann baue ich da hin. Nee, ist falsch, da zu bauen. Das siehst du in der Aufnahme. Er hat es richtig gesagt. Hat er nicht. Die Aufnahme lügt. Du hast einfach keine Ohren. Du lügst. Zitat vom 11.05.2012 um 20.32. Nerf, nerf, nerf. Von Sammy Caxeable. Aus privaten... So, jetzt hört man die zwei nicht mehr. Aus privaten Gründen melde ich mich auf unbestimmte Zeit ab. So, jetzt hört er mich wieder. Nö. Nö. Ach, fuck, ich baue nur falsch. Ja, das sowieso. Guck mal in den Spielen. Wer baut im Innenhof? Da halt die Schnauze. Das ist ja auch voll geil. Ach, komm, ist ja egal. Ist jetzt egal. Ja, ist ja egal. Wenn du richtig bauen würdest, wäre das ja auch egal. Schnauze. Ihr macht einen Fehler, wir machen ihn komplett fertig. Ist auch so. Ja, wir hätten ihn in Ruhe gelassen. Er war... Flo, wieso erklärst du mir so eine Scheiße? Sag einfach... Kevin, Kevin. Nein, ich halte nicht die Schnauze. Halt die Fresse. Ich halte nicht meine Fresse. Ey, ich unter meine Post zum Masters Bonner. Du kennst mich nicht. Das heißt, ich darf nur so ein Mini-Grundstück bebauen. Jeder hat das gleich große. Jeder hat 40 mal... Ne, 35 mal 35 oder was? Ja, cool, mein Bild hängt fest. Ja. Schön. Ja, ich habe ihm jetzt auch eine Frage verlagert. Äh. Hallo? Krass. Okay, ich spiele mit Minecraft weiter. Ich dachte, du spürst die ganze Zeit mit Minecraft. Nein, mit Spout. Ähm. Ich weiß nicht, was die ist. 150 pro Stack. Was? 150 für ein Stack-Ziegel. Ja, habe ich dir gesagt? Soll ich 150 für ein Stack-Ziegel zahlen? Sag, sag... 50. Ja, ist ja egal. Wenn ich mir so billig verkaufe, nehme ich das gerne. Rogel ist leider nicht online, ne? Warum? Ne, der war halt mit, aber... Nein. Warum sollte... Leider nicht, dann hole ich mir einen Steph. Ähm, was lohnt dich mehr holen? Ob die Fein... Smooth? Oder Multicore? Wenn du Multicore-Prozessor hast, dann nimm die Multicore. Ja, ich... Aber so viel schneller ist es auch nicht. Ja, eigentlich ist es mir egal. Oder was du... Buh, 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 Buh. Ah, ein Arschloch. Du hast ja gefragt. Äh, wir sind hier im Let's Play, du. Aslan. Du was? Du, Typ. Du Frau. Sag die Vibe. Die Vi... Sag die Vibe. Ich wollte zuerst die Vibe-Liste sagen, aber keine Ahnung. Sag die Vibe. Vor allem, womit macht Adfly eigentlich Geld? Mit Werbung? Mit Werbung. Sicher, du hast nur Adblocker oder... Du hast Adblocker, ja. Kann man nachsehen, wie viel Geld jemand anders hat? Ne. Wieso? Sicher kannst du es. Wie denn? Wenn du Steph bist. Ja. Wieso? Von dem gehe ich ja, wenn ich das... Wieso? Egal. Ne, sag. Sag mal. Ich kenne so manchen Betrag von den... Von manchen... Ja, das interessiert mich ja nicht, wie viel die anderen haben. Ich rede von anderen Leuten. Von manchen anderen Leuten. Ja, das interessiert mich ja nicht. Sondern? Nichts, nichts. Ne, ich sage es. Schreib es mir wenigstens bei Facebook oder keine Ahnung. Einfach, das ist nur... Ja. Das ist nur ich jetzt nicht. Ja, ich kann es ja auch sagen. Ja, dann sag es. Ich höre. Nein, ich sage es doch nicht. Nein, ich schreibe es mir. Ich glaube nicht im Netzplay. Dann schreibe es mir. Man merkt schon, er möchte jemanden abziehen. Warte, ich gehe schon auf Facebook. So. Überhaupt keinen ab. Die ist weg. Wieder einmal. Bin ich nicht. So. Hast du schon Ideen für dein Haus? Ja, nein, nein. Los, ich... Oh, Colt. Ein Frame in der Sekunde. Yeah, null Frames. Nicht dein Ernst, Cobblestone. Aber es hatte eine Form, Kim. Es hatte doch eine Form. Lass es leben. Oh, da steht schon Ebex. Du stack Melonen. Na ja, ich bin... Ich finde es okay, solange dein Haus nicht so wird es wie dein Sinn. Ne? Ebex hier wird gut rum. Dann, 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 dann. Schade. Ja, erstmal schön wieder den Zoom. Mann, hatte ich jetzt lang nicht mehr. Ich arme. Das ist blöd, das braucht noch... Mit zwei Stacks. Der hat mir jetzt drei Stacks gegeben. Für was? Der hat sogar meine Einschlang noch beibehalten. Für was hast du so viel bekommen? Oder für was hast du drei Stacks? Wie viel hast du gezahlt? Ich gebe ihm 200 Kuros für drei Stacks. Ah, ein bisschen mehr Handeln. Ja, ich habe gerade nicht mehr. Handeln. Ich habe wieder 300 ausgegeben. Money, pay... Aus diesem Grund werden wir den Spawn von Grund auf neu angehen. Die Zielstellungen sind dabei klar. Übersichtlichkeit, kurze Wege, einfacher Einstieg. Der Spawn ist... Der Spawn ist... Der Spawn ist Drehscheibe und Wegkreuzung allen wichtigen Orten des Service. Drehscheibe. Ja, ich habe jetzt extra Solar drauf, die Tasten gehauen. Man hört es aber schon die ganze Zeit. Das meinte ich dann. Ja, dann mach ich es einfach auf. Wichtigen Orten ist aus Mining-Welt, Free-Build, Anfängergebiet und die Bank. Bank? Bank? Bahnhaus? Ja, die ganzen... Bahnhaus?